Jo, moin zurück auf meinen Kanal. Wir haben doch die neue BAM Horrorbox und ich bin auch echt froh, dass ich die weiterbekomme. Liegt aber daran, dass ich erstmal mich vertan habe, dass die es geschrieben haben und nur eine rausgeschickt haben zu mir. Und in Zukunft wird es so laufen, dass die von der BAM Horrorbox das Paket zu meiner Adresse nach Amerika schicken und von Amerika geht es dann weiter zu mir so, dass ich weiter die BAM Horrorbox auspacken kann. Von daher bleibt uns das Gute auch erhalten. Und ich habe mal wieder keine Ahnung, was drin ist, weil ich mich einfach nicht spoilern lasse von anderen YouTube-Videos, weil ich ja selber gucken will, was drin ist. So, dann wollen wir mal. Diesmal fällt das eigentlich ziemlich lasch aus. Also, es ist alles ziemlich flach diesmal. Ich bin echt gespannt, was da rein getangen wurde. So, womit fangen wir an? Wir kriegen weiter das Giveaway. Aber ich habe auch noch nie gesehen, dass da jemand gewonnen hat. Und, ähm, haben wir auch nicht, von daher, ähm, weg damit. Ähm, es geht weiter mit den, mit den Fanart-Cards. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, äh, Friedhof der Kuscheltiere. Der gute, der kleine Creed. Wie hieß denn der? Steht das hinten drauf? Nö. Wobei ich die Dinger immer ganz cool fande. Davon gibt es ja auch mal verschiedene Variant-Karten. So, nochmal ohne, ähm, Hülle. Wo es vielleicht blendet. Ich glaube, der Teil ist ein bisschen kaputt. Also, nicht die Karte, sondern das Schutzstück. Jo, auf jeden Fall schon mal Friedhof der Kuscheltiere. Der Pin ist Annabelle. Annabelle. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, oder? Weil das Gesicht so... Ich bin mal gespannt, was es da noch welche, für welche gegeben hätte. Aber es gibt ja noch immer eine, ich meine eine limitierte Version. So nochmal. Aber eigentlich ist das Ding ja ganz cool. Ich meine, die sind ja auch mal limitiert. Kann ich jetzt nicht reingucken. Guck mir aber gleich. Irgendwie gibt es aber, glaube ich, diesmal... Ah, doch! Oh, jetzt habe ich zu weit geguckt. Das könnte aber auch ganz geil werden. Jetzt kommt, ähm... Warte mal, ich mache einfach das mal. Wow, wow, wow. Also, äh, das sieht schon... Also, das sieht echt geil aus. Das ist... Auf jeden Fall ein... Ist das ein Leatherface? Auf jeden, ne? Eine Inspiration. Aber ich finde das auch mit dem Schwarz-Weiß voll geil. Also, das Teil gefällt mir auf jeden Fall... Verdammt gut. Verdammt gut. Das sieht auch creepy aus. Also, das würde ich mir sogar hinhängen. Kommen wir zum Autogramm. Zum relativen Kernstück des Ganzen. Wobei ich teils auch die anderen Sachen cool finde. Also, äh... Ach, okay. Das ist, ähm... Wie hieße? Die ist auch schon zigmal in Deutschland gewesen. Teddybärgirrn. Ähm... Wenn ich den Namen lese, dann weiß ich das. Die meisten, äh... Müssten das eigentlich auch wissen. Gibt es eigentlich kein Backit, äh... Zertifikat extra mehr? Oder gibt es nur noch den Aufkleber? Den neuen. Mit der BA-Nummer. Aber ich meine, das Motiv ist gut, oder? So, monatliches Give-Away. Ähm... Ja, haben wir nichts. Hätte auch cool enden können, aber... Eddie Miller, genau. Eddie Miller aus Walking Dead. Dark Places Behind You. Äh... Ich glaube, ihre Kult-Szenen hat sie trotzdem als Teddybärgirr, als erster Zombie, den es bei Walking Dead generell gab. Und wir haben, ähm... Wir haben das, ähm... 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 Prop Item. Aber... Das sagt mir gerade... Warte, ich packe das mal aus. Dann sieht man das noch viel besser. Also... Ich hab gerade... Sort von... Kein Plan. Woher das ist. Aber... Spoiler-Karte. Scheiß auf alles, wenn wir es nicht wissen. In der Spoiler-Karte... ... wird es uns eh gesackt, oder? Wenn ich die Spoiler-Karte nicht schon wieder reingetan hätte. So... Scheiße... So... Ja gut, Autogramm ist klar. Da gibt es noch ein paar andere coole Bilder. Eigentlich sind alle ziemlich cool. Und... Collectors Pin ist halt wirklich Annabelle. Ja... Da gibt es auch... Boah, das wäre... Also die anderen, die zeige ich gleich. Die wären auch richtig cool gewesen. Ich habe sogar... Das Level-Up-Item von den... Leatherface von Texas Chainsaw Massacre. Oder? Ich meine, ich habe das Level-Up gekriegt diesmal. Zeige ich dir aber auch gleich nochmal extra. Jo. Ja, ja, ja. Ein bisschen Glück haben muss man ja auch, ne? So. Und das Prop-Item ist von... 13 Geister. Ach, das ist ein Schlüssel davon, ne? Aber ich finde das diesmal... Weil, guck mal, die Hinterseite, die ist... Die ist flach. Da ist einfach gar nichts. Und das ist so komisch... Weiß ich nicht. Also... Wäre es ein ganzer Schlüssel, glaube ich, für zu richtig? Ich meine, sah der genauso aus, so komisch? Ich glaube nicht. Fände ich das cooler, ganz ehrlich. So, aber... Spoiler-Karte. Hier und unten. Unten sieht man die Annabelles, die es noch gegeben hätte. Hier sehen wir... Warte mal. Ja, hier sehen wir, dass wir das Level-Up vom... vom Artist gekriegt haben. Also von der Artist-Allay. Ähm... Prop-Item. Guckt selbst. Chiku. So. Ja. Also ich muss sagen... Diesmal... Hat mir die Zeichnung am besten gefallen. Weil ich finde das ziemlich stimmig. Äh... Creepy, ähm... Für mich ist das gute Stück, äh, das Beste aus der Box. Ich finde das ziemlich geil. Auch wenn... Auch wenn Dreck drinne ist. So, und... Das Replika-Prop-Item-Dingen... Ähm... Finde ich irgendwie gar nicht so cool diesmal. Also da haben sie schon viel Geileres drin gehabt. Ich finde es sieht so ein bisschen... Ich weiß nicht... Ich meine... Wenn man das direkt so hat... Ja, aber... Die Rückseite ist Standard. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Naja, gut. Für... Für den Preis ist das... Ist das optimal, ne? Also... Wir zahlen das ja keine 150, 200, 300, 400, 500 Euro. Ähm... Und für... Für daher, äh... Was würdest du großartig erwarten, ne? Also, äh... Klar. Und sonst kriegen wir eigentlich immer gutes Zeug von daher. So, das war's auch schon wieder. Ähm... Ein paar Sachen... Auf... Die warte ich jetzt schon... Einen Monat. Und ich hoffe, dass die auch kommen. Zum Beispiel diese Mafia Box. Dann kommt noch... Äh... Noch andere Horror Box. Auf die ich warte. Die irgendwo in San Francisco... Äh... Wohl steckt oder whatever. Ähm... Dann warte ich auf eine Serienkiller Box. Ähm... Wo so ein bisschen Zeug drin ist. Das sind die drei Boxen, auf die ich warte. Und es gibt zwei Boxen, die... Ähm... Würde ich mir noch bestellen. Also, ähm... Wenn alles pünktlich nach Deutschland kommt und der Zoll ein bisschen Gas gibt und alles schon verzollt, dann sollte das auch irgendwann mal kommen. Von daher, ähm... Da jetzt alles verzollt wird, was über, glaube ich... Fünf Dollar ist oder so. Oder fünf Euro. Ähm... Und die Engländer auch noch dazu gekommen sind. Da dauert alles ein bisschen... Ein bisschen ewig und lange, ne. Von daher, ähm... Ich bin gespannt, was kommt. So. Leute, das war's. Und, ähm... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.